Simzuru, wakimamon, kuli, wakimamon, flabu, kimamon, infrabumon, ya, dimbon, kamo, kai, glabawinkawabajafna. Süsul, hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sims 4 am Sonntag. Das heißt, am Ende der Folge kommen auch wieder eure Grußwünsche. Aber ich sag jetzt zu Beginn auch direkt nochmal, die Grußliste ist voll. Und sobald ich die abgearbeitet habe, gleiches gilt auch für Starstable, wo ich auch aktuell noch eine sehr lange Grußliste habe. Werde ich eben auch keine mehr annehmen, da das Grüßen sehr viel Zeit einfach in Anspruch nimmt, die wir leider nicht mehr haben, weil es einfach immer mehr wird, es wird immer, immer, immer mehr die Kommentare. Es ist der Wahnsinn, es wächst deutlich schneller an, als wir uns jemals hätten träumen lassen. Deswegen bitten wir da auch nochmal um euer Verständnis. So, wie sieht es denn aus hier? Nächtens. Nächtens in unserer Familie. Wie heißen sie eigentlich nochmal? Smith, genau. Ich habe hier so sehr irgendwie den Nachnamen im Blick. Den ersten, den wir raushauen, würde ich sagen, das ist Ben. Der kann danach mal noch hier das Waschbecken putzen, weil das sieht echt eklig aus. Ist hier denn schon wieder irgendwas kaputt? Nö. Hat einfach nur einer so eine Pfütze hinterlassen. Ah, wir müssen auch dringend uns mal um, ähm, um die Rakete kümmern. Beziehungsweise um, um Bens Raumfahrttechnikfähigkeiten. Wie sieht es denn heute aus? Ach, schade, er muss heute arbeiten. Samstag und Sonntag sind seine freien Tage. Er hat tatsächlich ein normales Wochenende. Das hat man ja bei Sims relativ selten. So. Auf geht's! Ein neuer Tag beginnt, in dem hoffentlich eine Beförderung ins Haus steht für unseren Ben. Zur Polizist Stufe 8. Das wäre cool. Oho. So, wie sieht es denn bei ihr aus? Aber sie hat, warte mal, warte mal, was, was ist sie hier? Irgendwo hat sie doch... Ah, sie muss die nächste... Ah, sie muss noch mal was tun, tatsächlich, für den Job. Sie muss Charisma-Fähigkeit 4 erreichen. Okay, dann muss sie noch ein Level aufsteigen. Müssen wir sie mal ein bisschen vorm Spiegel reden lassen, oder so irgendein Späßchen. Gut. Wie sieht es mit den anderen beiden aus? Okay. Brian wird definitiv als erster fit sein. Ben lassen wir heute Morgen Frühstück machen, aber was denn? Hm. Omelette, komm, ich mach hier mal... Was macht der? Eier und Toast. Okay. Ich hab jetzt nämlich gerade mal die Augen zugemacht und hab einfach mal die Maustaste rotiert. Was will er machen? Der will jemandem einen verrückten Plan vorschlagen. Ach komm, nö, das macht mal was anderes. Baby machen mit Victoria. Hm. Können wir mal bald wieder machen. Habt ihr das jetzt übrigens gesehen? Da hat eine der Sim-Gurus hat auf ihrem, ich glaub das war Instagram-Account, ein Bild gepostet von einer Familie, die ganz klar ein Kleinkind auf dem Arm hat. Jetzt wird natürlich wild spekuliert im Netz. Ist da was dran? Kommen bald Kleinkinder. Und ich muss echt sagen, ich weiß es nicht. Vielleicht, ich schau mal, dass sie es gerade... Ach du Schande! Na toll, hier echt. Ich schau mal, dass ich es hier gerade einblende, weil... Wenn das wirklich... Aua. Na toll, lecker. Äh. Wenn das wirklich so kommt, wie es aussieht auf dem Bild, dann wird das ultra süß so dann haben nämlich die Kleinkinder auch endlich mal richtig kleine Babybäckchen. Das würde ich richtig knuffig finden. So, ja. Emi schläft noch, aber wir müssen dringend alle ihre Bedürfnisse auf grün kriegen. Guck mal. Sie muss aufs Klo, sie hat Hunger, sie ist... Absolut nicht gut drauf und sie stinkt auch noch. Das Einzige, was gefüllt ist, ist ihre Energie und das soziale Bedürfnis. Man könnte auch sagen, nee, so ist es dann doch nicht, wenn man auf einem Festival war. Da müsste die Spaßleiste noch grün sein. Was macht er denn da? Sag mal, also Ben. Pfeu, jetzt benimm dich mal. Übrigens, da wurde schon gesagt, der hat zugenommen. Da habt ihr auch recht. Den müssen wir nochmal aufs Laufband schicken. Stimmt. Guck mal, das hat trotzdem noch Qualität ausgezeichnet. Obwohl das schon zigmal auf dem Boden gelandet ist vorher. Na ja, vielleicht hat das für das besondere Aroma gesorgt. Kann ja auch sein. So, danach kann sie sich ein Gericht nehmen und wenn sie dann noch Zeit hat, kann sie noch... Blickblock spielen. So, hopp, raus aus der Dusche. Hausaufgaben hat sie ja wohl hoffentlich gemacht. Ja, sehr gut. Was will Victoria machen? Victoria will Fernsehen gucken. Nee, mal mal ein Bild. Mal mal ein realistisches Gemälde. Wir wollen wieder an ein bisschen Geld kommen, deswegen schmeißen wir jetzt den Teller auch wieder weg. Ach, das wäre so herrlich, wenn man jedes Mal einfach so einen Teller aus dem Schrank bekommen würde, kostenlos. Und wenn man den mit wegschmeißt, bekommt man 40 Euro aufs Konto. Dann würde ich den ganzen Tag nur noch mit Tellern um mich werfen. Ach, schön. So, direkt der nächste weg. Zack. Willst du nicht auch noch was essen, kleiner Mann? Scheiben? Wie sieht es bei Vicky heute aus? Ich glaube, Vicky muss... Nee, heute hat sie... Nee, morgen hat sie frei. Es hat sich jetzt alles verlagert. Stimmt, natürlich, natürlich. Das hatte ich ja ganz vergessen. Wird sie ihre Tagesaufgabe abschließen? Ich glaube nicht mehr, dass sie das noch schafft. Sie ist jetzt bei 25%, erst ein Viertel. Jetzt hat sie gleich... Ich müsste sie gleich die Hälfte abgeschlossen haben. Warum will sie nicht mehr malen? Weil sie zum Spaß klimpern will, um ihr Spaßbedürfnis aufzubessern. Okay, okay. Och nö. Brian hat den Teller in die Spülmaschine gepackt. So ein Käse. Jetzt kriegen wir da kein Geld mehr für. Amy, auf in die Schule. Gott. Die ist ja schlecht drauf. Du lässt es heute definitiv ein bisschen ruhiger angehen. Das kann ich dir jetzt schon versprechen. So, Ben schicken wir alleine los. Auf geht's, ab in die Schule. Auf geht's, ab geht's. Drei Tage wach. Ich, ähm... Oh. Irgendwas wollte ich sagen. Ich weiß nicht mal was. Oh, da fährt so eine... Das wäre cool, wenn die hier irgendwann vielleicht auch mal halten würden. Und die dann auch mal irgendwo hinfahren, wo es sinnvoll wäre, dass man auch mal mitfährt oder sowas. Ich bin ja schon so ultra neugierig auf Windenburg. Muss ich echt sagen. Also das wird richtig spannend nochmal. Warum ist hier eigentlich der Fernseher an? Mensch, das kostet alles Geld, ihr Lieben. Immer in diesen Sims. Lernen im Freien. Der Lehrer fordert die Schüler auf, draußen zu lernen, um ein bisschen Frischluft zu schnappen. Soll Noemi draußen weiter lernen oder einfach mit ihren Freunden abhängen, bis es Zeit ist, wieder hineinzugehen. Hm. Sie hat schon so gute Noten. Nachdem Noemi eine halbe Stunde gelacht und Spaß mit ihren Freunden gehabt hat, fühlt sie sich total erfrischt und bereit, wieder an die Arbeit zu gehen. Es ist, als würde sogar ihr Gehirn besser funktionieren, wenn sie ausgewogen ist. Das ist auch so. Da bin ich fest und überzeugt. Und yay, wir haben die richtige Entscheidung getroffen. Aber sie sollte es ja heute auch ruhiger angehen lassen. Faulenzen. So. Weil jetzt können wir nämlich ihren Spaß sogar verbessern in der Schule. Und zwar stark. Drei Pfeile. Schaut euch das mal an. Damit sie einfach hier mal ein bisschen bessere Laune bekommt. Und auch Brian sollte heute definitiv ein bisschen faulenzen. All dem geht es auch nicht so wirklich toll. Guck mal hier, Emi ist jetzt richtig gut drauf. Krass, krass, krass. Oh. Oh, sie ist auch eher angespannt. Was hat sie denn? Stressiger Arbeitstag. Okay, ja. Manchmal bringt ein Arbeitstag tatsächlich mehr Stress mit sich, als man vertragen kann. Da hat sie absolut recht. Alltagsleitung, zieh dir irgendwas Bequemes an. Hau dich erst mal vor den Fernseher und guck dir, guck dir eine Kochsendung an. Da lernst du noch ein bisschen was und hast Spaß. Man muss ja immer pragmatisch denken. Muss hier jetzt echt, Tatsache, jetzt muss ich nur noch fünf Stunden am Tag arbeiten. Was ist denn jetzt los? Pfade, Umgebung, materialistische Simpsons. Da bin ich angespannt, wenn sie nichts bewundern können, was sie kürzlich erworben haben. Also ehrlich, jetzt reicht es aber mal langsam hier. Yoga-Übungen machen will sie gerne. Das bringt aber nicht viele Punkte. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Hausaufgaben, Hausaufgaben. So, erstmal alles fertig machen. Wenn man das schon mal hinter sich hat und man den Tag für andere Sachen frei hat, den Kopf für andere Sachen frei hat. Was liebe ich. Guck mal da, jetzt ist sie schon wieder verspielt. Ausschalten, jetzt kann sie noch ihr realistisches Gemälde fertigstellen. Und eine Rede üben. Kann sie auch noch direkt ein bisschen was tun. Wie sieht es bei ihm aus? Bis 18 Uhr muss er arbeiten. Komm, klotz noch mal ein bisschen ran. Fleißig arbeiten. Oder beim Boss einschmeicheln. Das ist vielleicht auch ganz gut für die Jobleistung. Oh, das Handy klingelt. Wer ist denn da dran? Sarah Johnson. Vicky ist Schwester. So, Woda. Am Lisch. Oh, die ist ja gar nicht gut drauf. Die ist überhaupt nicht gut drauf. Ach, Mensch. Gleich haben wir 18 Uhr. Ich bin gespannt, wie es heute aussieht in puncto Beförderung. Es zieht sich gerade echt dafür, dass wir eigentlich alles fertig haben. Ach, jetzt muss ich schon wieder aus. Ach, komm. Haben wir noch was zu Abend? Was Leckeres. Wir haben noch Eier und Toast. Und einen leeren Teller. Das ist nicht wirklich was Tolles zum Abend. Warte mal, warte mal, warte mal. Die Hausaufgaben ab ins Inventar. Und dann könnte Vicky was zu Abend machen. Was denn? Ein Gourmet-Menü vielleicht. Sag mal. Oh, Knoblauch. Oh, Pasta Primavera. Mach mal Pasta Primavera. Pasta Primavera. Ja, 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 ja. Ben hat schon wieder keine Beförderung bekommen. Ja, was ist denn das? Das gibt's doch nicht. Guck mal hier. Der ist so knapp davor. Der hängt sich rein. Der strengt sich an. Aber es klappt einfach nicht. Oh, armer Ben. Er tut mir echt richtig leid. Ach, komm, Mensch. Müssen wir mal, ähm... Er will eine Pflanze düngen. Kann er hier gerade irgendwas düngen? Nö, ne? Ernte mal alles. Die kannst du düngen. Dünge sie mit einer Erdbeere. Wir düngen alles mit Erdbeeren. Jäten wäre auch nicht unbedingt schlecht. So. Und Bewässern wäre auch noch top. Wir könnten eigentlich mal ein paar Sachen verkaufen. Wir haben so viel Kram. Das ist Wahnsinn. Was ist das hier? Blumenvereinsteiger. Echt, die haben noch Blumeninventar? Jetzt habe ich gar nicht geguckt, wie viel wir hier zusammenbekommen an Sachen. Holunder. Die Weintrauben, die können wir verkaufen. Die kriegen wir ja jedes Mal wieder neu geerntet. Äpfel können wir auch verkaufen. So. Guck mal hier. Wir machen doch langsam, aber sicher kriegen wir doch Geld. Mir sieht es aus, wenn er jetzt alles bewässert hat. Dann sollte er vielleicht mal was essen. Kinder kommt Essen fassen. Nee. Emi möchte nicht. Emi könnte mal. Warte mal. Was hat sie für eine Fähigkeit eigentlich beim Zocken? Computerspiele? Wo ist es? Wo ist es? Videospiele. Stufe 4. Mach doch bei meinem Anfängerturnier mit. Blickblock. Einfach mal ganz einfach anfangen. Einfach mal einfach anfangen. Jo, Kaddi. Sehr gut. Super. Ei, 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 ei. Gut. Ich würde sagen, ich werde mal noch meine Grüße los für diese Woche. Und zwar gehen die von der Stephanie West-Dotter an die Alicia Snow-Dotter, an die Jenny Searock und an mich. Vielen Dank und liebe Grüße zurück von mir. Ähm, dann liebe Grüße. Ähm, jetzt muss ich gucken, von wem die kommen. Oh Gott, ich hab schon, ich hab schon wieder versaut beim Aufschreiben. Liebe Grüße auf jeden Fall an Franziska Grimm, an Jana Papirock und auch nochmal hier an uns an der Stelle. Vielen Dank. Ich weiß nicht, was da vielleicht hätte inkommen sollen. Vielleicht, ich weiß nicht, was das sein könnte. Applebrook. Ich hab schon überlegt, was es so für Namen in SSO noch gibt. Und die Queen Mustangs. So. Das waren die Grüße für den heutigen Sonntag. Ich hoffe, die Folge hat euch Spaß gemacht und dann gucken wir mal, welchen Platz Emi bei dem Anfängerturnier belegt und ob wir endlich mal Ben zur Beförderung bringen und vor allen Dingen auch mal, dass wir mit Vicky ein bisschen uns der Mineralien-Suche widmen können. Sie hat ja nun morgen endlich mal frei. Also, ihr Lieben, macht's gut und bis morgen. Ja, morgen bauen wir hier erstmal noch wieder in unserem Gruselhaus weiter, stimmt ja. Und hier geht's dann übermorgen weiter. Also, bis dann, ihr Lieben. Tschüss. Tschüss. Tschüss.